Wunderschönen guten Morgen liebe Freunde der Sonneherz, willkommen zu einer weiteren Let's Play Muffer 2 mit Paxes. Und wir sind wieder mal im Hauptmenü. Ich dachte wir schauen uns mal die neuen Sammelobjekte an, die wir freigeschalten haben. Also ja, Playboy, die haben wir ja alle live im Spiel gesehen. Wollen wir uns nicht nochmal anschauen. Außer vielleicht die Frau mit den ganz dicken Brüsten. Okay, genug. Genug. Ja, die Steckbriefe. Keinen einzigen habe ich gefunden bisher. Ich weiß nicht, wo die versteckt sind. Aber warum ist das denn hier noch? Hä? 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 Moment. Ich glaube Konzeptgrafiken gibt es neue. Genau. Das hier ist neu. Hübsches Bild. Gefällt mir. Und das gefällt mir auch. Ja, das waren glaube ich die beiden neuen Bilder. Genau. Poster. Ah, okay. Poster haben wir noch gar nicht angeschaut. Mafia 2. Vito Skeletta. Mike Bruschi. Carlos Lopez. Auch nicht schlecht. Sieht aus wie, ähm... Ja, Mafia 2. Sieht aus wie so ein altes Filmplakat. Das war dann eigentlich auch mal das Ziel. Sieht auch hübsch aus. Mafia 2. Auch wieder wie so ein Filmplakat. Sieht auch hübsch aus. Das. Auch. Eigentlich sind die alle gut aus, die Poster. Die hätte ich gerne als echte Poster. Hallo. Das ist natürlich auch ein sehr schönes. Und... Das hat man schon. Pinups. Ach, das sind die Dinger, die an der Wand hängen. Okay. Ja. Sind okay, aber war jetzt noch nie so ein Fan von solchen komischen Pinup-Dingern. Auch geil, oder? Die sitzt im Knast. Hat aber Schrappsalen. Aha. Okay. Aha. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, zurück zum Spiel. Der erste Kommandeur der Stadt, Sir John Ste... Ja. Warme Leo. Ach, jetzt geht das wieder los, ey. Wie ihm es auf den Sack geht. Also mir geht es auf den Sack, dass in diesen Mafia-Spielen es immer aufs Gleiche hinausläuft. Ich meine... Irgendwann im Spiel, man ist halt ganz gut dabei. Man ist in der Familie drin. Man wird gemocht. Es gibt keinen Grund, warum man umgebracht werden sollte. Dann soll aber irgendjemand umgebracht werden, den man irgendwie mag. Und schon kommt man damit nicht mehr klar. Kommt man damit nicht mehr klar. Und ja, muss ihn warnen, rettet ihn, etc. Macht sich dann dadurch natürlich selbst bei der eigenen Familie unbeliebt. Und... Wird eventuell umgebracht. Warum können die Leute das nicht mehr so programmieren, dass man nicht dazu gezwungen ist, irgendwie... die Mafia, die eigene Familie zu verraten. Das... das stört mich irgendwie. Ja, keine Ahnung. Ist ärgerlich auf jeden Fall. Geh schnell zu Leo. Henry wird bald da sein. Was? Wieso steht denn hier kein Auto von mir? Fuck. Muss man halt mal eins stehlen. Das hat auch noch... ziemlich viele Bolzen, die wir knacken müssen. Aber egal. Na komm, na komm, na komm. Vielleicht hätten wir einfach die Scheibe einschlagen sollen. Das haben wir erstens noch nie gemacht. Und zweitens... Oh, das Auto ist relativ fix. Das ist gut. Auch wenn es mir optisch nicht so gut gefällt, aber es fährt relativ schnell. Ja, wir hätten einfach die Scheibe einschlagen sollen. Dann hätten wir natürlich Zeit gespart. War vielleicht schlauer gewesen. Keine Ahnung. Weiß auch nicht genau, wie weit das weg ist. Oh. Die Polizei hat es nicht interessiert, dass ich zu schnell gefahren bin. Was ist denn da los? Oder jagen die einen erst, wenn man... viel, viel zu schnell unterwegs ist. Ich meine, bei Mafia 1 war es so, dass man... sobald man auch nur einen Kilometer oder eine Meile pro Stunde schneller gefahren ist, als erlaubt, haben die einen verfolgt. Und jetzt bin ich ja 60 gefahren und hier ist nur noch 40. Na ja. Komisch. Verstehe ich nicht. Oder es ist in der Mission so, dass man... hier nicht von der Polizei verfolgt wird. Ich weiß es nicht. Okay, ich weiß nicht genau, wie weit das noch weg ist, aber ich glaube, ich fahre schon so schnell und so gut, wie ich kann. Das Auto ist echt verdammt schnell. Krass. Also gerade die Beschleunigung kommt mir irgendwie pervers schnell vor. Kommt mir sogar besser vor als... äh... bei meinem privaten... neuen Praxis-Mobil, bei dem Cabrio, was ja eigentlich sportlicher sein sollte. Also wenn ich das Auto hier pimpe und... tune, wenn sich das auch dreimal tune lässt, dann sollte das eigentlich schneller sein. Als mein Cabrio. Die Polizei reinfahren sollte ich vielleicht nicht unbedingt, weil ich glaube, dann suchen sie mich auf jeden Fall, beziehungsweise wollen mich festnehmen. Bin hier komplett im Geschwindigkeitsrausch. Oh, sehr viel Zeit haben wir echt nicht mehr. Wunderbar, auch wieder sonst wo, verdammt. Dadurch schaffen wir nicht, oder? Ich bin da, ich bin da! Mission gescheitert. Ich war doch da, ich bin extra raufgefahren sogar noch. Der hätte mich doch hören müssen. Und vor allem, wenn jetzt irgendwie der Henry kommt und ihn umbringen will, dann müsste ich das noch sehen, oder? Naja, gut, diesmal sche... Dieses Mal, ähm... machen wir einfach die Scheibe kaputt. Oh nein, ich glaube, das ist ein langsameres Auto. Ja, das Auto ist definitiv langsamer, träger und nicht so toll. Oh, verdammt. Wenn ich es diesmal nicht schaffe, dann liegt es definitiv am Auto. Oh, ärgerlich. Schade, da hatte ich echt ein gutes Auto erwischt. Beim ersten Versuch. Aber diesmal bin ich natürlich deutlich zeitiger losgekommen. Vielleicht reicht das ja. Ich kann, wie gesagt, auch nicht auf die Polizei achten. Das schaffe ich sonst einfach nicht. Von der Zeit her. Warum muss ich denn da so rasen? Ich meine, vor 5 Minuten hat Henry den Auftrag bekommen, dass er ihn umbringen soll. So. Und dann hat er noch die Info bekommen, dass er ja jemanden mitnehmen könnte. Will heißen, der wird ja jetzt nicht innerhalb von 5 Minuten und vor allem schneller als ich dort sein. Er wird ja nicht einfach blind hinlaufen und ihn erschießen wollen, oder? Sondern vielleicht schon sich einen kleinen Plan machen, oder so. Okay, die Endgeschwindigkeit von dem Auto ist auch nicht schlecht, aber Beschleunigung ist halt meiner Meinung nach schlechter und Kurvenlage auch nicht gerade die geilste. So, wir haben noch die Hälfte der Zeit hinter uns, aber das müssten wir eigentlich dieses Mal schaffen, weil jetzt geht es ja gleich einen Berg rauf. So, ja, müssten wir... Also rein schätzungsweise würde ich sagen, schaffen wir das. Wobei, jetzt einen Berg rauf verlieren wir natürlich mit dem Auto nochmal viel mehr Zeit, weil es eben nicht so eine gute Beschleunigung hat. Wahrscheinlich ist es einfach zu schwer, da hat es zu wenig PS fürs Gewicht, irgendwie sowas. Weil die Endgeschwindigkeit schien mir auch okay. Aber... Oh, es wird wieder knapp, oder? Also ich würde sagen, wir schaffen es, aber es wird super knapp. Also super knapp vielleicht... Naja, nicht aber knapp wird es auf jeden Fall. Ich meine, ich fahre wie eine 1. Guckt euch an, was ich für Fahrskills zeige. Ja, was soll ich machen? Ich muss hier einfach die... Dieses Tor... Äh... Ah, geschafft. Lio, bist du da? Lio! Wie zur Hölle kommst du hier rein? Hau ab und ich schieße dir ein zweites Loch in den Arsch! Lio, Lio, lass das! Ich bin's, Vito! Vito? Verdammt, was machst du hier? Du hättest vorher anrufen sollen. Lio, wir haben keine Zeit. Sie wollen nicht aus dem Weg räumen. Du musst weg hier! Was? Komm auf, Vito. Hier kriege ich kalte Füße. Willst du was trinken? Ob ich einen Drink will? Sag mal, hast du sie noch alle? Okay, was ist los? Hör zu, Falcone will dich ausknipsen. Die Jungs sind gleich hier. Du musst abhauen. Was? Warum denn das? Falcone hat gehört, dass Vinci gegen ihn vorgehen will, weil Clementi gelogen und behauptet hat, er sei im Drogengeschäft. Gelogen? Vito, Carlo Falcone ist im Drogengeschäft. Jeder weiß das. Clementi wollte da unbedingt mitmischen, darum hat Falcone ihn beseitigt. Jetzt will er uns auch loswerden, bevor wir was gegen ihn unternehmen. Woher weißt du das? Ich hab meine Quellen. Wieso bist du noch mal hergekommen? Wieso? Sag mal, wirst du jetzt senil? Sie wollen nicht loswerden! Dort hör auf zu quatschen, zieh dich an und lass uns abhauen! Wieso schalten wir nicht einfach die Killer aus, die Carlo mir schickt? Wir sind doch im Vorteil. Sie denken, wir sind ahnungslos. Das ist unmöglich. Ich kenn den Typen, ich hab ihm den Job verschafft. Was? Du heuerst einen Freund dafür an? Nein, nicht direkt. Ich hab keine Zeit, es dir zu erklären. Er wird gleich hier sein. Gut, warte hier. Ich zieh mich an. Verdammt, so spät. Sie sind da. Oh, scheiße. Henry darf mich hier nicht sehen. Wir müssen uns verstecken. Schnell! Kommen wir mit Leo, lass dich nicht von Henry erwischen. Und wie kommen wir da jetzt hier raus? Verdammt. Ich dachte, ich komme aus dem Fenster raus. Sieht nicht so aus. Vielleicht passen wir hier rein. Bist du irre? Ich soll mit dir da rein? Ich bin keine Schwuchtel. Ich sperr mich nicht mit einem anderen Kerl in einen Schrank ein. Gott, rein mit dir, Leo. Los jetzt! Hey, geh mir von der Pelle. Rück mal ein Stück. Nein, rück doch zu. Sch, Schnauze. Hey, hoffentlich ist das deine Knarre. Als Maul. Oh, nee. Warum sind wir... Halten wir ja nicht die Klappe, ey. Oh. Was soll denn das? Hey, Henry. Vito. Ist das dein Freund? Nein, der will nur sein Jackett aufhängen. Okay, los, raus mit euch. Sonst kommt ihr da drin noch auf dumme Gedanken. Na, toll. Was für eine cute, ey. Hinsetzen. Was läuft hier, verdammt? Hör zu, Henry. Leo ist ein Freund von mir, okay? Er hat mir im Gefängnis praktisch das Leben gerettet. Ohne ihn wäre ich nicht in der Familie. Ich wusste nicht, dass Eddie ihn loswerden will. Ich musste ihn warnen. Das musst du verstehen. Ja, aber du musst verstehen, dass ich mir keine Fehler leisten kann. Wenn ich Leo laufen lasse, denkt Falcone, ich hab ihn absichtlich beschissen und leg... Verdammt, Henry, ich bin dein Freund. Ich würde dasselbe für dich tun. Das hat nichts mit Freundschaft zu tun, Vito. Hier geht's ums Geschäft. Und wenn ich versage, bin ich fällig. Ich kann ihn nicht gehen lassen. Ich hab einen Job angenommen und muss ihn zu Ende bringen. Wenn du nicht zusehen willst, kannst du gehen. Keiner erfährt, dass du hier warst. Also keine Sorge. Hör zu. Leo hat mir erzählt, dass das alles nur wegen Falcons Drogengeschäften passiert. Er verstößt gegen die Regeln und will alle Mitwisser beseitigen. Na und? Die einzigen Menschen, die diese Regeln nicht brechen, sind Frank Vinci und Leo. Und die haben mich nicht auf ihrer Lohnliste. Vito, vielen Dank für alles. Aber geh jetzt besser. Ich hatte ein langes, gutes Leben. Riskiere nicht, Kopf und Kragen, nur um meinem alten Mann noch ein paar Jährchen zu verschaffen. Nein, Leo. Es muss einen Ausweg geben. Vito. Geh. Sorry, Vito. Keiner erfährt, dass du hier warst. Pass auf, dass du nicht gesehen wirst. Du schuldest mir einen Gefallen, Kumpel. Was? Na, Kleiner? Leo. Willst du einen Trink? Was ist passiert? Dein Freund und ich haben uns geeinigt. Ich werde abtauchen. Mich hält nichts mehr in dieser Stadt, seit meine Frau gestorben ist. Ich wollte mich ohnehin in einer wärmeren Gegend niederlassen. Tja, hauen wir ab, bevor dein Freund es sich noch anders überlegt. Das haben die sich also überlegt. Also innerhalb von 5 Sekunden. Länger hat ja nicht gedauert. Stammt, ich würde gerne hier noch ein bisschen rumsuchen, ob es hier irgendwo ein Playboy-Magazin gibt. Man muss es auf Garantie eins geben. Ich mein, alles andere wäre merkwürdig. Ich guck mal. Ah, na also, ich wusste es doch. Irgendwie finde ich die Frisur von der Dame merkwürdig und auch irgendwie das hier. Vielleicht steht sie gerade nur komisch da, aber die Form ist irgendwie komisch. Okay. Aber vielleicht haben wir ja sogar Glück und finden noch mehr Magazine. Ich mein, das Haus ist riesengroß. Und ich weiß, dass es noch viele Magazine gibt und das Spiel wird ja wohl nicht ewig lang sein. Ich habe ja schon tausendmal gesagt, dass das Spiel nicht lang ist und dauernd geht es weiter, aber okay. Bei dem Let's Play kommt einem sowieso jedes Spiel länger vor, weil man halt... ...kürzere Abschnitte spielt. Wenn man privat spielt, spielen wir dann auch direkt mal 2 Stunden oder 3 oder 4. Hier drinne waren wir. Ist ein bisschen merkwürdig, dass auf der Fensterbank dieses Heftchen liegt, aber okay. Wir können sogar die Kleiderschränke aufmachen, ist ja nice. Ah, ich wusste doch, dass es hier mehr als ein Playboy-Magazin gibt. Ja, Hintern ist okay. Aber insgesamt eher langweiliges Bild. Es ist das erste Mal, dass wir so kurz nacheinander 2 gefunden haben. Aber vielleicht finden wir sogar noch ein drittes. Ja, hier sind doch auch mal hübsche Bilder. Anstatt... Jetzt sind wir einmal rum, ne? Anstatt mit Leo einfach abzuhauen, nehme ich mir halt mal die Zeit und durchsuche alles. Okay, die Türen gehen alle nicht auf. Ich denke, mehr als zwei werden wir auch nicht finden. Vielleicht noch eins im Garten. Sieht nicht so aus. Na gut. Wir sagen, wir nehmen das Auto, oder? Wobei, es wäre natürlich logisch, auch nicht im Karpo und so fahren, damit die uns nicht sehen. Diese Stadt war immer gut zu mir, aber jetzt heißt es Abschied nehmen. Willst du etwa im Schlafanzug los? Worauf du einen lassen kannst. Ich bin lieber lebendig im Pyjama als tot im Smoking. Willst du Frank erzählen, was passiert ist? Aber natürlich, keine Sorge. Ich werde deinen Namen nicht erwähnen. Du hast schon genug Sorgen. Danke, Leo. Die ganze Sache ist urplötzlich kompliziert geworden. Verstehst du? Natürlich, Victor. Was hast du erwartet? Du fährst den Eid, ziehst deinen schicken Anzug an und dann ist alles eine große Party? Carlo war schon immer im Fall Logan nach Hurensohn. Sogar für jemanden aus der Branche. Ich habe Frank schon vor Jahren vor ihm gewarnt. Und was machst du jetzt? Ich verschwinde und lasse den Dingen hier im Lauf. Ich nehme den ersten Zug nach Lassklappen und ich rufe ein paar Leute an und kläre meine Angelegenheiten. Dann fahre ich zum Flughafen und fliege irgendwo hin, wo es warm ist. Morgen um diese Zeit lege ich irgendwo am Strand und trinke einen von diesen Fruchtdrinks mit einem Scherbchen drin. Eins ist klar, wenn Carlo mich tot sehen will, dann sollte ich nicht hierbleiben. Als wäre eine Einbahnstraße ins Leichenschauhaus. Ist das nicht übertrieben? Nein, ich wollte mich sowieso zur Ruhe setzen. Wenn du meinem Alter bist, erscheinen all diese Auseinandersetzungen irgendwann sinnlos. Frank wird sich nie ändern. Er ist ein Streithandel. Heutzutage hört er nur noch auf die jungen Hitzköpfe, weil sie ihm sagen, was er hören will. Wenn er hinter Carlo her ist, kann er das auch ohne mich. Es tut mir leid, dass ich dich in diesen Schlamassel mit hineingezogen habe. Okay, hier ist es. Danke für alles, Vito. Versprich mir einfach, dass du nie wieder etwas so Dummes machst wie heute. Einen Hals zu riskieren, nur damit ein alter Mann noch ein paar Jahre mehr hat. Versprochen, das nächste Mal sehe ich zu, wie sie dich abknallen. Hat noch ein schönes Leben, alter Mann. Ist das eigentlich das gleiche Auto, was ich schon habe? Nee, oder? Ist zwar auch ein Cabrio, aber ist ein anderes, oder? Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, aber ich würde sagen, das hier ist ein schnelleres, wendigeres, cooleres. Also wird das das neue Parkesest Mobil, falls ich mich nicht irre. Achso, was soll ich jetzt machen? Geh nach Hause, okay. Joa, dann gehen wir mal nach Hause. Da liegt irgendwo eine Werkstatt auf dem Weg. Nein, nicht wirklich. Und einen Riesenumweg möchte ich auch nicht fahren. Im Gegenteil, bin ich ganz froh, dass es mal nicht so weit weg ist. Oh, keine Schlängel-Linien fahren. Oh, das dachte ich, das wäre schon die Abkürzung. Na, da habt mich geirrt. Hier war die Abkürzung. Ja, ich bin wahnsinnig. Achso, wir könnten mal so eine Telefonzelle kaputt fahren. Wie wir es in Mafia 1 mal gemacht haben. Aber irgendwie hat es in Mafia 1 mehr Spaß gemacht. Ich glaube, hier macht Mafia 2 generell mehr Spaß. Sorry. Ich glaube, er hat einen Unfall gebaut. Zum Glück gibt es hier nicht solche Verrückten wie bei GTA, die einen dann stundenlang hinterherfahren und versuchen, einen kaputt zu machen. Diese Freaks. Hallo, das ist meine Einfahrt. So, jetzt können wir ja mal nachgucken. Das ist das Auto, das wir gerade eben gehabt haben. Wir reparieren es erstmal. Hat eine Leistung normal von 98 kW. Und jetzt gucken wir mal, wie viel das Praxis mobil hat. Leistung normal von 112 kW. Schubert Fregate. Eskett Bayley. Eskett Bayley. Erreicht die Gewichtung 117. 82. Leistung tatsächlich 161. 98. Also ist das andere besser, weil das hat ja normal schon 112. Das hat ja nur 98. Höchstgeschwindigkeit 98. 98, 84. Aber es hat eine höhere Höchstgeschwindigkeit als andere Auto. Gewicht 1160. 856. Dadurch, dass es so leicht ist, wird es wahrscheinlich auch geiler sein. Ich denke, ich werde trotzdem sagen zu dem hier. Das schien mir irgendwie angenehmer zu fahren sein. Also das schien mir angenehmer zu fahren zu sein. Ach, keine Ahnung. Ihr wisst ja, was ich meine. Ne, ich will hier wieder raus. Ich will hier wieder raus. Gut. Dein Mann? Wieso? Er trinkt, feiert da und will der Partys und wir... Schlägt er dich? Nein. Aber er hat eine andere irgendwo. Ich weiß es. Ob er dich schlägt? Manchmal. Diesen Dreckskerl poliere ich die Fresse. Nein, Vito. Bitte tu ihm nichts. Ich dachte, du könntest mit ihm reden. Auf dich wird er hören. Wo ist er? Ich weiß nicht. Er hat einen Freund in der River Street. Okay, okay. Kopf hoch. Alles wird gut. Hör mir zu. Wenn es dir besser geht, gehst du nach Hause. Ich rede mit Eric. Wenn er sich nicht heute noch bei dir entschuldigt, ruf mich an. Aber der kommt. Gut, Vito. Aber bitte tu ihm nichts. Bitte. Keine Sorge. Ich packe ihn schon nicht zu hart an. Der wird mal schön aufgemischt vom Kollege Paxes. Verdammt. Und du schär dich rein. Es regnet. Willst du nass werden oder was? Du kannst dich drinnen hinlegen. Nicht oder was? Suche im Apartment an der River Street nach Eric. Gut, aber das seht ihr logischerweise erst morgen. Tschö, tschö.